Ich bin Nathalie Weinmeier, ich arbeite seit 2018 als mechanische Konstrukteurin beim Engl und bin für die Kontenausdrucksbearbeitung zuständig. Meine Aufgabe bei Engl ist die Detailkonstruktion, die Stücklisten und Layout-Erstellung. Be the first heißt für mich bei der Weiterentwicklung vom Produkt dabei zu sein und Verbesserungsthemen einbringen zu können. Engl bietet viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungen oder familiäres Arbeitsumfeld. Das Aufregendste an meinem Job ist das Ausarbeiten kundenspezifischer Aufträge. An meine Kollegen schätze ich besonders ihre Hilfsbereitschaft und die angenehme Arbeitsatmosphäre. Engl ist ein Weltkonzern, aber trotzdem so familiär. Und das ist der Grund, warum ich mich da so wohl fühle und jeden Tag meine Bestes gebe. Untertitelung im Auftrag des Übers pokemon der Ferse